Schauen wir mal an, so gut. Aber dann machen wir mal, das stimmt ja. Hier vier Level und dann machen wir fünf Level. Und dann war's das oder was? Interessant. Gut, weiter. So. Also, das finale hier werde ich schon noch in den ersten kriegen. Ah ja, jetzt wisst ihr ja eigentlich auch, warum ich immer jetzt in 10-15 Minuten war und warum, äh, das wollte ich ja eigentlich schon, weil's mit dem Rendern dann schneller geht, dann ist alles, weil ich ja keine Lust habe, immer 3-4 Stunden zu rendern, für ein Video teilweise, also wenn's dann, äh, Venedica-Part, rendere ich auf den Laptop, weil ich ja auch auf den Laptop aufnehme, der braucht nicht ganz lange, weil mein Laptop nicht mehr. Aber wenn ich das auf meinem PC rendern will, dann würde ich 4 Stunden loslassen. Es dauert 4 Stunden, ich hab einmal einen Part-Render, der in 4 Stunden gedauert. Ähm, war sehr unschön, muss ich sagen. Doch, hab mir nicht sehr gefallen, also ich hab das über Nacht gerendert, deswegen gesehen, hab ich ne ganze Reihe über Nacht gerendert. Aber, nee, das muss ich mir ganz ehrlich nicht antun, also. Da bin ich ja dann doch teilweise so schneller, wenn ich, äh, das fühlt's dann fast mit Einzelnen drin, also, ja. Dann wird's ja so schnell wie möglich beenden wollen, aber, ja. Beziehungsweise weiß ich, ihr guckt ja eh nicht. Zumindest glaub ich, die zwei guckt sich schon so ein Spro an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das gucken wollt. Ich glaube nicht. Doch, ich habe Vertrauen zu meinen Abonnenten. Es kann doch immer mal passieren. Die Leute das nicht gucken oder irgendwann wird das erst geguckt. Das ist aber unheimlich. Ich zwinge euch ja zu nichts. Wenn ihr es gucken wollt, schön, wenn ihr es nicht gucken wollt. Ähm, ja, das ist mir schon ziemlich furcht. Ähm, ja, gut. Hätten wir das auch, ähm, nochmal gesagt. Hätten wir das Level auch schon wieder geschafft. Das wird ja auch schöner. So. So. Da muss ich aber anders hin liegen. Ja, ich liege beim Aufnehmen. Ich bin böse. Wie kann ich nur? Aber ich kann es halt. Ähm. Boah. Das war episch. Ähm, ja, einfach mal. Ich nehme immer im Dien auch auf. Also im Normalfall raus. Manchmal setze ich mich noch hin, aber. Normalerweise chillig immer vom PC fliege. Ich warte, ich brauch noch die hier, die wäre optimal. So lange muss ich mir irgendwas abstellen. Wo ich denn hier jetzt was wegkriege. Das kriegen wir hier aus. Wie viel durch den D? Das war so, wie viel fällt oder so. Ähm. Kann ich hier was wegmachen? Aber das kann ich hier wegmachen. Ja, super. Also, wir haben am besten zwei, die die. Ich hatte aber nur die Sache. Ich habe noch nicht防ave. Ich bin schon klar, dass ich das weiterverkaufnehmen. Ja, das Steffen. Die ist doch um Z-B. Das ist ... Ja, das ist stimmlich. Oh, ja. Wie es ist, dass ich in der Hand zu kommen? Ja. Wolle. So, wir nehmen die Kiege. Ja. So. 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 People. So. 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 Now we. So. 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 Dann sollte ich mich jetzt vielleicht noch ein Eier nehmen. Ich habe mich zu sehr auf diese Felder konzentriert. Ich bin froh, dass ich das alles so schnell bin, wenn ich sie wegkriege. Warum rede ich deswegen jetzt schneller? Ich weiß jetzt selber, wie es wird. Gut. Total random. Ja. Und springen. Nicht nur hin. Dann hier weg. Da. Dann machen wir den weg. Da. Hier rüber. Da. 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 Dann machen wir alle in random ein. Da. Das ist immer gut so. Ähm. Da. 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 Ja, ich weiß, dass die Zeit angeht, aber die Brülle Ruhme ist ja fast verständlich. Haben wir es auch geschafft. ... das ist nicht so... ... und das ist nicht so... ... oder sonst... ... da gehe ich heute ziemlich oft random, ich weiß auch nicht mehr wo... um warum bin ich schon wieder müde ich bin doch erst aufgestanden im übrigen ist es jetzt glaube ich 1 nur so mal random mein lieblingswort heute ja die habe ich schon umgebracht weil ich umgetaggt habe ja 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 Das. 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 Die. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Das. Das. Okay, ich sollte aufhören. Das und das und das und das. Ich schreibe wieder auf das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Ja, doch. Also. Läuft doch so ein bisschen. So. Super. Ich muss das weg. Ich muss das weg. Ich muss das weg. Das ist doch. Ich muss das weg. Ja. Das weg ist das weg. Ich muss hier einfach mal schubreden. Ich muss mich richtig nehmen. Ach, hier. Ich habe mich nicht mehr auf die Schubrede. Fällt mir irgendwie kein Problem. Ich weiß es nicht. Ich überleg. Während ich mit euch rede. Wenn ich euch unterhalten will. Ähm. Ne, ich helfe nicht. Das ist schlecht. Ähm. Ähm. So. So. Ich könnte ja nicht gleich sein. Super wär's. So. So. Und schon wieder. Und. Ähm. Ja. Was haltet ihr überhaupt von solchen Spielen? Das wär ja auch mal interessant zu wissen. Ähm. So. 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 Jetzt muss ich mich aber wirklich arg beeilen. So. 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 ich habe einen kommentar bekommen von irgendetwas zu dem ersten Part dieses Spiels es gibt wirklich kranke Leute, die sich das angucken äh ok ja also hier dürfen wir gerne Spielevorschläge die jämtliche Spiele bis zum Alter von 18 Jahren ähm bei 18 Jahren privat, aber nicht aufgenommen ne ne also die Altersangaben sind nicht umsonst ja ja das ist einfach so also die gibt es nicht umsonst man sollte sich so halbwegs fern halten so keine Meinung und ja wenn ihr was dagegen habt ist trotzdem so ihr dürft mir jetzt hier mich alles vorschlagen nicht oder eigentlich alles ähm ist mir egal was ihr mir vorschlägt ihr könnt mir sonst was vorschlagen äh wie seht ihr Spielevorschläge schreien äh man sollte für PC oder eine ältere Konsole sein die man kontrollieren kann also von mir aus auch ein Gameboy Spiel ist mir egal oder oder ein äh Super Nintendo 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 ähm ja sowas halt so die die richtung dürfte mir gerne vorschlagen und ich werde sehen dass ich spiele von mir aus auch Nintendo ist so ja hier wo die jungen die 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 Genau aus diesem Grunde. So, was fängt? Oh, was ist weg? Oh, der bin ich nicht. Dann könnte ich das für irgendjemanden machen. Geschafft! Sehr schön! Wie kommt denn im Ende? Ich freue mich, wenn das Projekt zu Ende ist. Dann habe ich ein Projekt fertig. Cool, ich habe Einzug gemacht und es gibt keinen mehr. Das ist auch episch. Also, das ist geil. Ach, hier. Gleich noch am ersten Zuglick zu Ende. Aber ich finde...